Hallo, guten Tag. Ich bin jetzt auf der Reusauer Straße in Blauen und die geht hoch zu, sind dann auch gleich friesen und es ist Schnee schön und runter bis ans Klinikum und da können Sie ganz hinten über Blauen gucken. Alles weiß, die Täscher. Ich bin jetzt auf der Reusauer Straße. Ich bin jetzt auf der Reusauer Straße. Alles ist verschneit. Drüben ist Gartenstadt, die Altbauten. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Vielen Dank.